Frau Lohfink wurde ja der falschen Verdächtigung verurteilt. Wir sehen darin Justizunrecht. Es ist ein Falschurteil. Unserer Meinung nach hat das Gericht nicht ausreichend nachgewiesen, dass Frau Lohfink nicht glaubte, vergewaltigt worden zu sein, als sie die Tat anzeigte. Genau darum geht es beim Tatvorwurf der falschen Verdächtigung. Es geht nicht darum, ob sie vergewaltigt wurde. Es geht auch nicht darum, ob Herr Pinto ein guter Mensch ist oder seine Ex-Verlobte misshandelt hat, wie sie heute in der Zeugenaussage angegeben hat. Es geht darum, was Frau Lohfink glaubte, als sie die Anzeige erstattete. Wenn man sich dann den Hintergrund der Geschichte der Tatnacht vor Augen führt, dass es eben dieses Video gibt, das viele Menschen gesehen haben und von dem viele Menschen sagen, sie haben darin eine Vergewaltigung gesehen, Es ist zumindest nachvollziehbar, dass Frau Lohfink glaubte, vergewaltigt worden zu sein und damit ist zumindest ein Freispruch in Lovio Pudreo zu ergehen. Das ist nicht passiert. Das passiert aber, dass Fehlurteile ergehen. Also nur wegen diesem Urteil ist sie jetzt nicht schuldig und es ist gut möglich, dass sie Rechtsmittel einlegt. Das Rechtsmittel der Berufung steht ihr frei und dass dann in der nächsten Instanz das Urteil aufgehoben wird. Das ist nicht der erste Fall in der Justizgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass eine Berufungsinstanz das Urteil der ersten Instanz aufhebt. Das passiert mit gewisser Regelmäßigkeit tatsächlich. Und wie schätzen Sie das ein? Sind Sie enttäuscht? Ja, ich bin enttäuscht. Ich bin auch sauer. Es empört mich, dass sie jetzt verurteilt wurde. Natürlich war ich nicht ganz gutgläubig und habe nicht wirklich an den Freispruch geglaubt, weil ich weiß, wie das Verfahren in den letzten Verhandlungstagen abgelaufen ist. Und meines Erachtens wird das Verfahren rechtsstaatlich grundsätzlich nicht gerecht. Also es gibt viele Kommentare der Richterin, die wirklich hart an der Grenze der Geschmacklosigkeit waren und auch eine gewisse Vorverurteilung schließen lassen. Also zum Beispiel sagte die Richterin zu Ex-Verlobten von Herrn Pinto, warum sie ihn denn nicht schon früher verlassen habe, wenn er sie doch so misshandelt habe. Das zeigt, dass die Richterin ja keine Vorstellung davon hat, dass es andere Beziehungen mit Problemen und Konstellationen gibt, die von ihrer heilen Welt ihr abweichen anscheinend. Und sie wenig Vorstellung von Realitäten sexualisierter Gewalt hat. Trotzdem ist es so, dass die Gesetzgebung geändert wird gegen Sexualstrafwurz. Weil sie trotzdem etwas Positives ist, worauf es vorgegangen ist, wenn man das zu sagen hat. Absolut. Also ich begrüße die Implementierung des Prinzips Nein heißt Nein ins deutsche Strafgesetzbuch. Absolut. Das tun wir alle. Das haben viele Menschen, Männer und Frauen. Jahrzehntelang gefordert. Gleichzeitig ist es ein bisschen traurig. Also wir sehen das mit einem lachenden, weinenden Auge, weil diese Gesetzesreform auch rassistisch motiviert war. Das ist eine Reaktion auf die Vorfälle in Köln ganz offensichtlich. Und mit dieser Reform wurde zum Beispiel auch ein neuer Straftatbestand geschaffen, der die sexuelle Belästigung aus Gruppen heraus kriminalisiert. Wir begrüßen die Implementierung des Prinzips Nein heißt Nein ins deutsche Strafgesetzbuch. Absolut. Das ist eine Forderung von Feministen, Männern und Frauen seit Jahrzehnten bereits. Die Reform war lange, lange überfällig. Unser Sexualstabrecht war bis dahin wirklich mittelalterlich. Gleichzeitig sehen wir das auch mit einem weinenden Auge, weil diese Reform rassistisch motiviert war unserer Einschätzung nach. Und mit der Reform wurde auch ein neuer Straftatbestand geschaffen, die sexuelle Belästigung aus Gruppen heraus. Und das zielt ganz eindeutig auf Geschehnisse wie Köln ab. Hinzu kommt, dass Frau Lohfink natürlich nicht von der Reform profitiert. Die Gesetzesverschärfung kann man ja nicht rückwirkend anwenden. Das widerspricht dem Prinzip des Rechtsstaates. Und zugleich ist damit immer noch nicht die Istanbul-Konvention vollständig umgesetzt. Also alle führen ja immer die Istanbul-Konvention in dem Zusammenhang an. Die erschöpft sich aber nicht im Prinzip Nein heißt Nein. In der Istanbul-Konvention wird auch gefordert, dass der Staat Aufklärungskampagnen über die Realität sexualisierter Gewalt macht. Und Fort- und Weiterbildung für bestimmte Berufsgruppen, die aufgrund des Berufs besonders mit sexualisierter Gewalt in Berührung kommen. Und da reden wir genau eben von Polizisten, Richtern, Staatsanwälten. Eben all jenen, die dafür Sorge tragen, dass sensibel mit den Betroffenen umgegangen wird. Aber auch zugleich effektiv Strafverfolgung geschehen kann. Und wir sehen gerade bei dieser Richterin, ja, etwas mehr Informationen über die Realität sexualisierter Gewalt hätte vielleicht einem besseren Verfahren geholfen. Was sehen Sie heute für ein Fazit Ihrer persönlichen Aktion? Also was hat Ihre Aktion als Gruppe hier in den letzten Tagen und Wochen? Wir hätten uns gewünscht, dass wir mehr Menschen über einen längeren Zeitraum hätten mobilisieren können. Bei der ersten Demonstration waren ja zu Höchstzeiten etwa 400 Menschen da. Das ist natürlich unglaublich schwierig für so einen langen Zeitraum, so einen starken Protest aufrechtzuerhalten. Insbesondere, wenn der Protest an einem Wochentag zu Arbeitszeiten in der Ferienzeit stattfindet. Nicht alle haben es immer geschafft, auf der Arbeit freizubekommen zum Beispiel. Und was auch bedauerlich ist, ist, dass viele Menschen, oder das ist mein Eindruck, dass viele Menschen glauben, nun nach der Reform des Sexualstrafrechts sich entspannt zurücklehnen zu können. Aber mit der Reform ist nicht alles gelöst. Auch das beste Sexualstrafrecht schützt nicht, wenn es ausblickend angewandt wird von Menschen, die an völlig stereotype Vergewaltigungsmyken glauben, wie wir das bei Frau Lofink sehen. Und all diese Menschen, die vor der Reform auf die Straße gegangen sind, wegen diesem extremen Unrecht, der schlechten Gesetzeslage, bleiben jetzt vielleicht zu Hause, weil sie glauben, wir hätten unser Ziel erreicht. Und das ist leider noch nicht so. Und gibt es noch etwas, was Sie hinzufügen möchten? Nicht etwas vergessen? Möchten Sie das loswerden? Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Was ziehen Sie für ein Fazit unter dem Sprich von heute? Ja, also ich gehe da mit gemischten Gefühlen raus. Also ich bin froh, dass wir wieder heute hier demonstriert haben. Ich bin froh, dass Frau Lofink gesehen hat, dass wir sie nicht allein lassen, auch nach der Reform nicht. Und ich hoffe, dass sie sich für den Schritt der Berufung entscheidet. Aber ich würde es auch aus persönlichen Gründen verstehen, wenn sie sagt, das ist zu belastend, das möchte ich mir nicht nochmal antun. Ich zahle die Geldstrafe.